Ein Mädchen ist am Sonntag in Krems in einem Spielautomaten festgesessen. Das Kind war nach Angaben der Feuerwehr Krems in die Ausgabeklappe des in einem Kino platzierten Geräts geklettert und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Dort wo Plüschtiere und Co. eigentlich aus dem Automaten herauskommen sollten, kletterte das Mädchen diesen entgegen, in den Automaten. In der Klappe angekommen gab es für die etwa 3- bis 4-Jährige kein Vor- und Zurück mehr. Feuerwehr und Rettung mussten verständigt werden. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte in das Kino am Sonntag gegen 22 Uhr. Beim Automaten war das Kleinkind aber sehr ruhig und gefasst, hieß es in einer Aussendung. Geöffnet wurde das Gerät letztlich mit dem sogenannten Heligen-Tool. Dabei handelte es sich laut Feuerwehr um eine spezielle Art eines Brecheisens. Das Mädchen überstand den Vorfall glücklicherweise komplett unverletzt. Ebenfalls ausgerückte Sanitäter des Roten Kreuzes konnten keine Verletzungen feststellen.